Herzlich Willkommen auf QVC Beauty. Vor kurzem waren Coco und ich, Lin, einen Tag zu Gast im QVC Studio. Dort haben wir Beauty-Gäste und Markenbotschafter getroffen, die man von QVC kennt und zum Gespräch gebeten. Ich hatte zum Beispiel das Vergnügen, Tova kennenzulernen. Eine wahrhaft edle Erscheinung und ausgesprochen sympathisch. Ein eleganter Hauch von Hollywood umgab mich gefühlt, als ich ihr fasziniert lauschte. Über ihre Düfte, woher sie ihre Inspiration nimmt und warum sie Duft mit Musik gleichsetzt. Ich wollte gerne wissen, was Tova zu ihrer Duftreihe bewegt hat und wie alles begann. Sie kamen aus einem Wasser-Oil aus. Die Original Tova Signature wird nun in November sein 30es Jahrzehnt. Das ist ein Klassiker. Ich würde sagen, seit sie war meine erste Kindheit, die Perfume, Tova Signature und Tova Signature Platinum sind sicherlich nur ein Stück von Musik. Ich arbeite auf jeden Fall. Das ist eine Pyramide, die die Top-Oil und der Basis. Wenn Sie die Tova Signature Platinum spüren, zum Beispiel, Sie merken nicht alles, denn es ist nur ein Stück von Musik. Ich arbeite auf alle Fälle der Kreation. Ich habe natürlich liebte und liebte all das für über 30 Jahre. Where do you take your inspiration from? Es depends. Die Tova Signature und Signature Platinum kam aus einem bestimmten Wasserfall, das ich gefunden habe, als mein Mann, war in San Francisco film. Und ich konnte das Perfumehaus finden. Ich wollte einen schönen Perfume machen. Und sie sagten mir, das ist zu spät. Du wirst es nicht mehr machen. Wir sprechen viel über die Musik. Was ist mit der Musik? Alles. Also ein Perfume kann eine Song sein, die dich an eine bestimmte Situation ist? Ja, absolut. Aber auch, für ein Beispiel, wir haben viele Kunden, wo sie jetzt grandmögen sind. Und ihre Eltern sagen, wenn du die Haus verlassenst, ich weiß, dass du hier bist, weil ich den Perfume smellte. Ja. Mit meiner Mutter. Ja. 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 So, we took the key characteristics of Tova Signature Platinum and unleashed her. In other words, we just shook her up and made her a little bit romantic, seductive. So, she was born out of Tova, the characteristics, and then developed into the naughty sister of Tova. From there, it was Body, Mind, and Spirit, which is coming in June. It has been here before. And Body, Mind, and Spirit is my weekend friend. It's the one where I wear socks and cashmere or something, and Ernie and I either go to a movie, watch a movie, go to lunch with friends. But they all connect because they have, obviously, the same founding, but always using the finest descent of life. I mean, it's like, I guess, if people would say, it's like being a chemist. I was told of something else. You're not only doing your fragrances, but in June, you're going to have a dual collection coming. Yes, we're actually reintroducing the Tova, Dominique by Tova, and I'm so excited. It's going to be on the 19th of June. Can you reveal a little bit about it? Or is it still a secret? Well, if you may look in your ears, you might be able to see something. It's an appetizer, teaser, yes. Ich gebe zu, ich hätte mich gerne noch länger mit Tova unterhalten. Eine wirklich faszinierende Persönlichkeit. So, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. It's a pleasure. I really appreciate this. And to everyone, you know, please send my love to it. We will do that. Thank you very much. 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 Vielen Dank.